Hallo und herzlich willkommen zurück auf dieser Hängebrücke mit dem komischen Raben rechts. Das ist genau dieser Punkt, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben uns keinen Zentimeter bewegt. Also ich, der Len16. Und ich, der Lukas. Richtig. Ich bin übrigens Orange. Ich bin Grün. Ich bin Grün. Aber nicht im Gesicht. Oh, jetzt fliegt der Rabe weg. Jetzt hast du verscheucht. Und wir fliegen ein in eine Höhe. Ich krieg ne Grüne. Ich nehm nicht die Orangen. Die schaut lustig aus. Der fällt mit der Tür zu Hause. Ja. Der ist ein bisschen groß. Ich spuck dir ins Gesicht. Der hat mich zerb... Der hat mich zerb... Schaut zu gut aus. Oi 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 hat der Sperren. Der hat einen Sperr. Weg, 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 weg. Wieso trifft der mich schon wieder? Ich muss wieder... Hey. Ich seh die Radieschen von unten, wenn ich so weitermache. Pass auf. Pass auf. Au. Weg da. Wieso trifft der immer mich? Ja, Wahnsinn. Ja, der lacht mich auch aus. Super toll. Ah. Oh, ich hab nicht mehr so viele Leben. Oh, meine Fresse. Sei vergiftet. Huh. Ach, warte. Ich hab ja noch... Ja, du. Yeah. Jetzt hast du aber auch Nada. Huh, er hat mich nicht getroffen. Ausnahsweise, meinst du? Haha. Äh, dein Leben. Appel, Appel. Wo, 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 wo? Da unten. Ich hab mich grad selber nicht gesehen. Feuer. Du schaffst es immer auszweichen. Ich bin halbgeschickt. Äh, nein. Wuh. So, jetzt hab ich's auch langsam raus. Wuh. Wenn ich sterbe, ist es genauso schlimm für dich. Oh. Da ist ein Apfel. Uh. Nein, sie bringen sie weg. Nur die rote bleibt da. Oh. Yeah. Rote gehört mir. Die hat so eine Mischung aus... Die hat orangene Haare. Die hat orangene... Oh, nein. Oh, nein. Oh, mein Gott. Nein, nein. Double Hit. Ja, ja. Was? 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 Ich bin tot. Ich muss mich wiederbeleben durch Y-Y-Hämmern. Ich Y-Hämmer. Nicht du, auf mich. Ich muss selber. So. Oder? Also, ich hämmer grad Y-Y. Hier soll ich... Fuck. Mist. Hilfe. Ich bin tot. Nein. Das ist... Das ist ein Wahnsinn. Stiff. Stiff. Oh. Das hat nur noch... sehr viel Leben. Wuh. Wieso? Wo? Nein. Zuschauer, Platz nehmen bitte. Ich will auch was sehen. Das sieht schlecht aus. Banana. I like Bananas. Banana Phone. Ba, 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 ba. Banana Phone. Steck ne Banane in dein Ohr. Nein. Das weiß ich's leider nicht, denn das ist schon so lang her. Jetzt greif doch mal den Großen an. Sonst wird das nie was. Oh. Oh. Der trifft er mit seiner eigenen, gell? Ja. Also immer schön auf ihn. Nein. Du hast noch so viel Leben. Ja. Ist cool, gell? Du wolltest ihn kaputt machen. Ah. Du wolltest auf ihn einschlagen. Auf ihn. Ich würde gern wieder leben. Au. Au. Jetzt solltest du aufpassen. Es wird nix. Das wird nix. Das seh ich schon. Weg, weg. Apfel. Apfel. Hab ich gesehen. Weg. Nein. Oh. Das wird so knapp. Das wird so knapp. Oh. Oh. Die Stacheln haben dich aber nicht ganz erwischt. Oh. Und jetzt hat er auf ihn drauf. Au. Au. Nicht von den Pfeilen treffen lassen. Schau, 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 schau. Das ist ein Pfeilbogen. Oh. Nein. Ah. Weg da. Oh. Ah. Nein. Oh. Oh. Oh, come on. Oh. Jetzt kann ich Punkte verteilen. Ich kann sechs Punkte verteilen. Schau mal mal. Schau mal mal. Schau mal mal. Ach so. Hase ist Geschwindigkeit, oder? Ja, ja. Agilität. Verteidigung. Agilität eins rein. Ich hab mich nie verteidigt. Ich auch nicht. Ja, verteidigt. Oh, ja, ja, ja. Verteidigung zwei Punkte rein. Magie zwei Punkte rein. Stärke ein. Nein, nein. Mach mal so. Mach mal so. Mach mal so. Okay, dann mach ich so. Stärke ein. Magie zwei. Oh, ich hatte noch einen. Ja, du hast noch einen. Ähm. Du hast noch einen. Richtig. Jetzt hast du keinen mehr. So. Dann wird. Ah, wir sind schon weiter nach vorne gekommen. Ah. Barbarenkrieg. Aber wir können noch nicht weiter. Wir müssen den Barbarenboss erstmal besiegen. Hilfe. Okay. Was für eine harte Alliteration. Alliteration war das oder war es eine andere Frage? Der. Barbarenboss. Barbar. Äh. Besiege. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab die Dinge auch mal vergessen und verwechselt. Besiege Barbarenboss. Besiege Barbarenboss. Besiege Barbarenboss beim Battle. Beim Bingo. Beim. 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 Beim Bowlen. Beim Bowlen. Besiege Barbarenboss. Äh. Ja. Man müsste den Satz. Man müsste den Satz weiterführen. Besiege. Besiege. Besiege Barbarenboss. Barbossa. Besiege Barbarenboss. Barbossa. Beim beidhändigen Bingo. Beim beidhändigen Balletttanz Bingo. Bö. Bö. Fast. Einfach rein in die Arena. Yeah. Und diesmal sind wir besser als vorher. Ja. Wir sind. Das finde ich gut. Wir sind Schöker. Dunk. Schade. Jetzt machen wir auch mehr Schaden. Jawohl. Und jetzt gehen wir nicht so schnell drauf hier. Doch. Jetzt weiß ich ja wie es geht. Wuppa. Ausweichen. Hast du nichts mehr zu lachen, ha? Hauptballer. Ha. Das kann man verteidigen. Echt? Ja. Ha. Verteidigung. Das nicht. Okay. Das kann man nicht verteidigen. Schau mal. Wir haben den schon ein Drittel des Lebens abgezogen. Nein. Sehr gut. Das machen wir feiern Bogen. Oh. Oh no. Sie hat orange. Das hat die Ketten hier. Uh. Das war knapp. Oh. Mist. Ich hatte sie erwischt. Ha. Ha. Oh. Können wir dich mal um den großen ein bisschen. Ah. Fuck. Mich hat sie erwischt ganz unten an der Ecke. Ich bin hier der Draufgänger und mach hier alles. Aua. Alter. Runter mit den Zuschauern. Ja Wahnsinn. Nix gut. Nix gut. Er ist so kurz vor dem Plan entscheiden. Jawoll. Ab in die Nüsse damit. Wie machen wir das auf? Draufhauen. Yeah. Party time. All you can. All you can carry. Da ist noch eine Münze. Zack. Yeeha. Ich hab sie befreit. Sie ist rot. Von der will ich sowieso nichts. Aber sie hat orange und sah. Und grüne Augen. Fuck sie hat grüne Augen. Komm her. Nimm mich. Nimm mich. Nimm mich. Ich hab nur so getan, als würde ich nicht wollen. Ich wollte nur der Gentleman sein. Bitte 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 bitte. Wir umschwärmen sie. Ich tanze auch für dich. Pass auf. No. Entschuldigung. Spaß du. Komm her du. Aber. Weiter gehen wir. Ähm. Was müssen wir jetzt machen? B. Y. Wieder zurück. Kalki Tür auf. Hallo. Servus. Warte. Schatz trink von diesem Getränk. Es ist total gesund. Au. Oh oh. Erst auf. Äh. Wie kommen wir jetzt weiter? Ich hab keine Ahnung. Oh. Ist ja komisch. Ist ja komisch. Y. Nein. A. B. Bitte nicht wieder schon. Bitte nicht schon wieder ein Bug. Nee. Nein. Vielleicht müssen wir einfach nur zurück zur Karte. Weiß es ja nicht. Wäre möglich Wenn wir dann den Bosskampf nochmal Was sonst bist du, der hätte die Kamera bewegt Ich dachte, da kommt die jetzt vielleicht nur was Ich würde ja gerne mit dir reden Aber du wirst ja schweigsack Sag was Ich habe schon so viel von mir erzählt Jetzt erzählst du was von mir Schau mich an Schau mich an Guck mal in die Augen, Kleines Nein, mir Okay Und jetzt Ich mach mal zurück zur Karte Wir müssen eventuell den Kampf nochmal machen Such mal noch ein bisschen weiter Wir finden bestimmt was Das war nicht gut Okay Du hast Peil im Bogen Wir haben sie befreit Und jetzt Normalerweise kommt doch Zauberfinger und zeigt uns was wir machen müssen Vielleicht sind wir ja schon fertig Ja komm wir gehen zurück zur Karte Das macht ja keinen Sinn jetzt nachher Neuer Charakter freigeschaltet Bitte was Bitte was Ah okay, das war's Tatsächlich Aha Aber ich will nur schauen, wie es da oben aussieht Waldeingang Oh, da müssten wir jetzt aber tatsächlich fragen In welche Richtung wir gehen sollten Ja Aber wenn das draußen ist, dann machen wir ja schon wieder die nächsten Parts Stimmt Von daher ist es schwierig zu realisieren Mhm Dann müssen wir uns jetzt entscheiden Wir entscheiden uns Die Entscheidung zu vertagen Ja Finde ich gut Ich würde sagen, das war's mal wieder mit Castle Crash Ah Das sind jetzt zwar wesentlich kürzere Folgen wie bei Lego von Rotter Karibik Ja, Gott sei Dank Ja Ich glaube, vielleicht gar keine so schlechte Idee Ja Habt ihr besser was davon Und ich schätze mal irgendein Ich weiß nicht Mal schauen, wie In welchen In welchen Intervallen ich die Rausschicke Ja, die kann man ja fast an dem kürzeren machen, oder? Ich bin gerade am Überlegen Wenn ihr das seht Dann hab ich's mir schon überlegt Das heißt Ihr wisst zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr das jetzt schaut Wisst ihr schon Das Was ich entschieden habe Das heißt Ihr seht nicht nur die Vergangenheit Sondern ihr wisst auch schon die Zukunft Wow Rainfuck Das ist so tiefgründig So tief Ja, ihr seid alle Hellseher Ihr seht alle, wenn's hell ist Das tut ja fast schon weh Ja, gut Ich würd sagen Das war sehr schön mit euch Das sich waschende Reh Das freut sich auch Da, rechts unten Oder wir Oder will das einfach nur flüchten Das ist ein Schiff und ein Fisch Das ist ein Schiff und ein Naja, Fisch Wirklich? Fisch mit diesen Zähnen Eh? Ich bin ein Firina Die war in einem Amazonas Now ich hatte dass ich hatte ich hatte ich hatte ich hatte ich hatte man soll keine Pilze sammeln oder die Erbarkeit das war nicht so nach da wird uns an auf Wiedersehen die die Lüge neben der Althansa auf